Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch einen alten und treuen Freund zeigen, der zwar in die Jahre gekommen ist, aber immer noch gute Dienste leistet. Mein iPod. Damals Apples Verkaufsschlager, der aber heutzutage fast in Vergessenheit geraten ist. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der den iPod nicht kennt oder sogar einen besessen hat. Letztendlich entwickelte Apple das iPhone, das kurze Zeit später den iPod kannibalisierte. Typisch Apple eben. Die Vorteile sind aber klar. Wer will schon zwei ähnliche Geräte in einer Hosentasche mit sich rumtragen? Ich finde, der iPod hat neben Spotify und Apple Music immer noch seine Daseinsberechtigung. Viele von euch haben immer noch HiFi Geräte mit einem Dock, wo der iPod seine Musik über die Lautsprecher wiedergeben kann. Um meinen iPod wieder fit zu machen, bin ich also ins Internet und habe einen neuen Akku gekauft. Und wenn der iPod schon offen ist, bekommt er natürlich noch eine neue Platine mit einer 128 GB großen SSD spendiert. Und genau das zeige ich euch heute in diesem Video. Von iFixit habe ich den passenden Akku besorgt. Ich habe das Set mit Werkzeug genommen, weil es vom Preis her kaum noch einen Unterschied zu einem einzelnen Akku gab. Vom Werkzeug her habe ich aber fast nichts benutzt. Die passende 128 GB SSD für die iFlash Platine ist von Dockfish und die habe ich bei Amazon bestellt. Die Platine selber ist von iFlash.xyz. Da gibt es verschiedene Varianten für den iPod. In diesem Fall habe ich mich für die Variante mit M2 Sockel entschieden. Der Akku ist natürlich auch am Start. Wie ihr es seht, seht ihr nichts. Der iPod startet nicht und folglich ist der Akku kaputt. Die Links zur iFlash und iFixit Seite findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Auf den jeweiligen Seiten wird der Umbau detailliert erklärt. Welchen Akku und welche iFlash Platine ihr genau benötigt, findet ihr auch dort. Mit dem blauen Öffnungstool fadet ihr zwischen Metall und Kunststoff ein und hebet vorsichtig die Unterseite ganz leicht nach außen. So springen die Clips von ihrer Verriegelung. Und das macht ihr einmal ringsrum. Aber Achtung, die Oberseite und die Unterseite nicht voneinander trennen. Es müssen vorher noch zwei Flachbandkabel abgesteckt werden. Schiebe den braunen Regler am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem Blackstick vorsichtig hoch. Er hält das orange Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Reglers. Der Regler muss nur etwa 1-2 mm angehoben werden, damit das Kabel freikommt. Zieht ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus. Nun die Festplatte umklappen und das zweite Flachbandkabel, das zur Unterseite führt, entfernen. Dort, wo das Flachbandkabel auf der Platine endet, ist ein kleiner Hebel am Stecker. Den vorsichtig hochklappen und das Flachbandkabel entfernen. Das muss man nicht zwingend machen. Wenn das Flachbandkabel aber verbunden bleibt, erhöht sich das Risiko für eine Beschädigung. Nun kann der Akku ausgebaut werden. Der Akku ist verklebt. Einfach zwischen Akku und Gehäuseunterteil mit einem Werkzeug einfahren und leicht anhebeln, bis sich der Kleber löst. Bitte nicht mit spitzen Gegenständen im Akku rumstochern. Das kann gefährlich werden. Der Akku könnte sich nämlich entzünden. Jetzt den neuen Akku auspacken und den Hinweis für die Kalibrierung des neuen Akkus zur Seite legen. Dann die Schutzfolie auf der Klebeseite entfernen und den Akku in die vorgesehene Ecke positionieren und festdrücken. Nun geht es mit der Festplatte weiter. Den kleinen Hebel auf der Festplattenseite nach oben klappen und das Flachbandkabel abziehen. Oberteil und Unterteil des iPods nebeneinander legen und das Flachbandkabel, das beides verbindet, an der Platine des iPods wieder befestigen. Jetzt die iFlash-Platine auspacken und die Dockfish-SSD in den M2-Sockel einstecken. Leider hat die iFlash-Platine kein Gewinde zur Befestigung für die M2-SSD. Die SSD klappt immer wieder nach oben. Ich habe mir mit einem ESD-sicheren Klebebandstreifen beholfen und so die SSD fest fixiert. Noch schnell das Wärmeleitplättchen auf die SSD kleben. Dann muss die iFlash-SSD-Platine mit dem Flachbandkabel der ehemaligen Festplatte wieder verbunden werden. Die iFlash-SSD-Platine passt genau in die Vorrichtung der alten Festplatte. Wenn alle Arbeitsschritte erledigt sind, kann der iPod wieder zugeklappt werden. Jetzt wird es noch einmal fummelig. Mit viel Ruhe und Zeit, gemischt mit etwas Gefühl, wird das Flachbandkabel des Akkus jetzt wieder mit dem Stecker verbunden. Wenn das Flachbandkabel im Stecker steckt, muss der braune Verbinder wieder gleichmäßig nach unten gedrückt werden. Nur so hält das Flachbandkabel wirklich fest. Bevor ich den iPod komplett verschließe, überprüfe ich, ob alles soweit funktioniert. Einschalten und warten, bis der iPod startet. Wenn diese Anzeige auf dem Display aufleuchtet, hat alles wunderbar geklappt. Jetzt kann der iPod komplett verschlossen werden. Noch einmal schnell schütteln, ob auch wirklich innen drin nichts wackelt. Ich habe den iPod noch schnell in den Diagnosemodus gestartet, um euch zu zeigen, dass bei HD-Info die Kapazität der SSD voll erkannt wird. Nachdem das Größte überstanden ist und unser Patient noch lebt, kommen wir nun zur Software. Vorab muss ich mich aber für die schlechte Bildqualität entschuldigen. In diesem Teil des Videos ist das Bild leider unscharf. Wenn der iPod am Computer angesteckt wird, sollte sich der Finder automatisch öffnen und einen iPod im Wartungszustand erkennen. Um den Wartungszustand zu beenden, muss der iPod im macOS wiederhergestellt werden. Ihr müsst im Grunde nur jeden einzelnen Schritt befolgen. Über die genaue Herangehensweise bei Windows kann ich euch leider nichts sagen. Ich gehe aber davon aus, dass das alles relativ gleich abläuft. Zuerst auf OK und dann auf iPod wiederherstellen klicken. Lasst euch nicht vom oberen Text irritieren. Die obere Meldung warnt euch nur vor einem eventuellen Datenverlust. Wenn ihr auf Wiederherstellen klickt, findet euer Computer eine iPod-Software in der Version 1.3. Wenn euer Computer den iPod schon kennt, kann es sein, dass dieser Punkt übersprungen wird, weil die iPod-Software schon geladen wurde. Dann noch schnell die AGBs akzeptieren und schon beginnt der Download der Software. Jetzt noch das Passwort vom Betriebssystem eingeben, damit der iPod auch darauf zugreifen kann. Und nun wird die Software auf den iPod installiert. Wenn alles soweit abgeschlossen wurde, startet der iPod neu und aktiviert sich selber. Danach ist der iPod bereit, die Musik zu synchronisieren. Oben kann man auch gut erkennen, dass die 128 GB auch unter macOS komplett erkannt werden. Nicht vergessen, ihr solltet den Akku-Kalibrierungshinweis von iFixit beachten. Denn nur so bekommt ihr die komplette Akku-Kapazität und habt eine längere Abspielzeit. So Leute, ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Was sagt ihr dazu? Für den kompletten Umbau habe ich weniger als 100 Euro investiert und habe noch einen positiven Nebeneffekt. Statt den ursprünglichen 163 Gramm wiegt der iPod nur noch 96 Gramm. Er ist somit leichter und kleiner als ein iPhone und ich habe trotzdem immer meine komplette Musik dabei. Wenn man das natürlich möchte. Über einen Like würde ich mich sehr freuen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zusehen und bis zum nächsten Mal.